Hallo meine lieben Freunde, willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Battle Royale Okay, das war wieder ein richtig dummer Start, meine lieben Freunde, ihr kennt es vielleicht, auf dem Hypixel Server gibt es einen neuen Modus, der ist wie Fortnite, das Spiel Fortnite kennt ihr auch alle, ist gerade total gehypt Und er nennt sich Battle Royale, das ist das gleiche Prinzip wie in Fortnite und ich habe mir gedacht, wir spielen das heute mal und wir gewinnen die allererste Runde, in der wir jetzt spielen Meine lieben Freunde, ich habe es gerade einmal gespielt, um erstmal ein bisschen reinzukommen, es macht ultra viel Spaß, es ist richtig geil gemacht Hättet ihr darauf Bock, dass jetzt öfter solche Battle Royale Runden kommen, weil am Ende wären wir hier vielleicht Profi und in Fortnite nicht, deswegen die Frage an euch, soll ich das öfters bringen, ja oder nein? Daumen hoch, meine lieben Freunde, es ist das gleiche Prinzip wie bei Fortnite, 92 Spieler sind hier am Start gleich und kämpfen um den Sieg, der Letzte, der überlebt, hat gewonnen Ich habe lange keinen PvP mehr gespielt, aber wir werden vielleicht trotzdem gewinnen, wer weiß, wer weiß, wer weiß, drückt mir die Daumen, meine lieben Freunde und ich würde sagen, wir sehen uns gleich, wenn die Runde losgeht So meine lieben Freunde, es geht in 20 Sekunden los, die Runde ist noch nicht komplett voll, 60 Spieler, 63 Spieler, 65 Spieler, komm, mehr, 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 wir wollen die 92 reinhauen hier, das wäre cool So, ich hoffe, die Lecks, die hier manchmal zwischendurch sind, die sind wieder weg, gerade eben hat die Runde mega geleckt, aber ich, diese komischen, ich habe immer ganz kurze Standbilder, aber ich glaube, das ist nicht am Server So, in 5 Sekunden geht es los, 80 Spieler sind drin, 81 Spieler sind drin, 83 Spieler, Leute, ihr werdet es gleich sehen, es ist wie Fortnite, man wird gleich in der Luft Äh, ah, okay, ihr seht es, man wird hier geflogen von diesem wunderschönen Enderdrachen und muss gleich runtergehen, wo man will und dann mit dem Fallschirm runter Und es gibt auch eine Zone, au, verpisst euch alle, komm, geht runter, geht runter, ich gehe erst später runter, ich gehe erst später runter, okay, huh, Mo macht sich bereit hier, PvP Mo Der PvP Mo ist wieder back, los, geht runter, ich gehe da hin, ich glaube, ich gehe da hin Ah, ne, ich gehe noch ein bisschen weiter runter, komm, wir gehen da hin, runter, 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 so, jetzt fliegen wir mit dem Fallschirm hier runter, guck mal, wie geil das aussieht Oh, fuck, die gehen auch da hin, okay, shit, das wird eine Scheißrunde, ich habe, oh Gott, oh Gott, und direkt weiter, komm, direkt weiter, tschüss Okay, die boxen sich schon, die boxen sich schon, da hinten fliegen auch noch welche, what the fuck, wo soll ich denn hier hingehen, da gehe ich hin Komm, 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 Mo Oh, ho, ho, jawohl, oh mein Gott, Diaschwert ist schon sehr gut hier, nee Oh Gott Nein, das gibt's nicht, das zählt nicht Freunde, nächster Versuch, jetzt klappt's aber, First Try hat nicht geklappt, ähm, in 10 Sekunden geht's los, 72 Spieler drin, ähm, das war gerade richtig gemein Ich finde Diaschwert und dann kommt der kleine Typ da von hinten an und bricht mir die Beine So, jetzt aber, jetzt kommt der Sieg, jetzt kommt der Sieg, ich sag's euch, jetzt kommt der ultimativen Sieg Oh Gott, ich bin schon wieder richtig gerade, ich hab gerade wieder meine 5 Minuten, Leute, nehmt's mir nicht übel, aber hä, 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 oh Gott So, wo müssen wir hin Wir gehen, glaube ich, auf dieses Dach, nee, da gehen alle hin Egal, tschüss Brr, 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 ah, das schaffe ich nicht Oder, schaffe ich das da hoch? Ah, Mann, du kleiner Peter, Alter, was Geht der da hoch, wo ich hingehen will? Ah, toll, jetzt bin ich hier am Arsch der Welt Hä? Alles klar Es laggt, ich hoffe Oh Gott Oh Gott, hier sind überall Spieler, ich werde sterben Ich habe wieder nichts, ich habe wieder nichts Leute, ich verspreche euch, ich werde Profi in dem Spiel Hättet ihr Bock, dass ich das öfter springe, wirklich Das würde mega, das glaube ich, das macht mega Spaß Und ich glaube, das ist für euch auch ganz cool anzusehen Wenn ich hier meine Ausraste kriege Wenn ich sterbe Ich weiß nicht, wo ich hingehen soll, hier ist halt nirgendwo eine Kiste Hä? Ja, Hilfe, Alter Man hat hier sogar ne Map, Leute Guckt mal, da Ich weiß nicht, wohin Hä? Was war das? What the fuck? Was war das denn? Oh Gott Oh Gott, da kommt einer Oh Gott Er kommt, er kommt Das Böse, es kommt Oh Gott Ich weiß nicht, wohin Hier sind überall Leute Ich habe noch nichts Das ist, das ist das Weiß ob Flieg Das gibt's nicht Mann Nächster Versuch Meine lieben Freunde Jetzt gewinne ich Ich verspreche es euch Ich habe gerade in der ersten Runde Die Testrunde, die ich gespielt hatte Die Testrunde Da hatte ich wirklich vier Kills Felix war dabei Er kann es bezeugen Aber Jetzt läuft es gerade nicht so gut Ich muss irgendwie Man muss halt Glück haben, ne? Mit den Kisten und alles Und Es sind halt ultra viele Spieler, ne? Das ist halt das Schwierige Aber wir werden jetzt gewinnen Ich verspreche es euch Wenn ich jetzt nicht gewinne Dann mache ich Zehn Hampelmänner, Alter Ich weiß doch auch nicht, was ich dann mache Komm jetzt Ich würde sagen, wir sehen uns gleich Wenn die Runde losgeht Äh Alter, warum bin ich gerade so gestört? Hilfe, Hilfe Warum hat er eine Toilettenrolle auf dem Tisch liegen? Die meisten werden jetzt perverse Gedanken im Kopf haben Aber Mo weiß warum Denn er hatte einen starken Schnupfen Und hat keine Taschentücher Deswegen benutzte er Toilettenrollen Um seine Nase zu putzen Alter, bin ich dumm Es geht los in 28 Sekunden, meine lieben Freunde Äh Oh Gott, ey Ich glaube, mittlerweile So langsam kommt der richtige Mo hier aus mir raus Ihr wisst, wie ich manchmal drauf bin in den Streams und so Äh Gerade wenn ich mit Rebi streame oder so Und Ich weiß nicht Ich glaube, ich verwandle mich gerade Ach, was labere ich denn hier? Okay, es geht los In 7 Sekunden 83 Spieler Ich sehe es jetzt schon kommen Dass ich wieder instant sterben werde Aber Vielleicht Gewinnen wir ja Oder wir holen uns ein Gegner Oder zwei Okay, es geht los Okay, okay, okay Hallo Okay, jetzt So Ah, man hat sogar Koordinaten da oben, Alter Wie krank ist das denn? Ach, komm Ah, ich kann doch nicht runter Ah, die meisten gehen jetzt eh runter Naja Oh, Alter Gehen da viele runter Ciao, Leben Das sieht ganz gemütlich aus Aber da werden auch welche hingehen Egal Komm, komm, komm Flieg Nein Nein, du gehst da nicht hin Das ist meine Ich sehe die Kisten Wehe Ach, du Hunsen Ich häng fest Oh mein Gott Oh mein Gott Wir haben wenigstens ein Schwert Wir haben ein Schwert Oh, da sind auch schon Leute Komm Komm, 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 komm Komm, komm Komm, komm Oh Trau dich was Trau dich was Geh den Gegner besiegen Unser erster Kill Unser erster Kill Komm her, mein Sohn Du bist mein erster Kill Du bist mein erster Kill Er hält einfach viel zu viel aus Aber jetzt habe ich ihn Genau Iiii Jetzt Hä Yes Unser erster Kill, Leute Ich glaube es kaum Wir haben jemanden gekillt Hier ist eine Kiste Die erschwert Die erschwert Das haben wir Alles klar Oh mein Gott Läuft Ach, warum habe ich den denn Okay, ich hätte ich Ich weiß jetzt nicht Ob ich auch so Leben gekriegt hätte Wenn ich den nicht gegessen hätte Egal Leute, wir haben einen Kill Es leben noch 43 Spieler Ich würde sagen Ich brauche noch ein paar Sachen Kann man nicht hier hochgehen Das noch raus Okay, wir haben den ersten Kill Wir haben den ersten Kill Leute, es läuft Ich sage es doch Ein Ei Wisst ihr, was man mit dem Ei machen kann Man kann eine Brücke bauen Das zeige ich euch gleich Wenn ich das vielleicht brauche Oh mein Gott Yeah, kommt her Okay Schutz 1 Schutz 1 Was labere ich? Das ist gar kein Schutz Okay Okay, okay, okay Ich bin bereit Kommt her So Leute, passt auf Es leben noch 34 Ich sage es euch Wir kommen in die Top 10 Wir kommen in die Top 10 Hier war ich glaube ich gerade drinnen Und habe noch nicht richtig gedings Genau Okay Es läuft Oh yeah Oh, ein Lava-Eimer Ja, dich nehme ich auch mit So Ich muss immer gucken, wann die Zone kommt Ich weiß noch nicht, woran man das sieht hier Äh, nee Nicht ranzoomen Rauszoomen Warte mal Wo bin ich denn? Ah, ich bin relativ in der Mitte Okay Das ist schon mal sehr gut Ihr seht die Zone Das ist rote Ist glaube ich die Zone Würde ich mal behaupten jetzt So Wo haben wir hier Gegner? Oh Gott Mein Stuhl ist im Weg Äh So, da ist schon jemand drüber gegangen Glaube ich Hier kann man diese Brücken bauen Mit diesem Ei Es leben noch 25 Okay Ich brauche glaube ich noch ein paar Sachen Das wäre vielleicht nicht so schlecht Da ist einer Den holen wir uns, Leute Wenn ich mir den nicht hole Zehn haben wir Männer Ich sage es euch Der ist oben Der ist oben Der ist oben Der ist oben Hä Der ist runtergesprungen What the fuck Wo ist der hin? Da ist er Ich glaube er ist runtergefallen Ne, da ist er Ich dachte er ist ganz runtergefallen Hä Der fliegt Wie kann man denn nochmal fliegen? Ich glaube der backt fest Hoch, wir haben ihn fast Verdammt, Alter Okay, okay, Leute Es leben nur noch 18 Passt auf Ich muss kurz gucken Was wir alles hier haben TNT haben wir noch Äh Ne Verbelle Das gibt es nicht Das kann doch nicht sein, Alter Da kommt er mit der Enderperle hier hoch Mann, du bist gemein Bremixi Freunde Hättet ihr Interesse Dass das jetzt öfters kommt Ich muss sagen Das macht ultra viel Spaß Ähm Hättet ihr darauf Bock? Daumen hoch Ihr wisst Ich bin dumm Und ich Das kann ein richtig lustiges Format werden Wenn ich das öfters bringe Ja oder nein Schreibt es in die Kommentare Und Daumen hoch Und ich würde sagen Wir sehen uns Beim nächsten Video Tschüss Tschüss Vielen Dank.